Hallo, ich bin Katrin Wagner-Augustin und vierfache Olympiasägerin im Kanu-Rennsport. Ich trainiere mit dem Fitlight und zeige euch heute ein paar Übungen, wie man die Schnelligkeit und die Reaktion trainieren kann. Jetzt habe ich mir einen Halbkreis aufgebaut mit 20 Wiederholungen. Die linken Lampen mache ich mit links und die rechten mit rechts aus, um ein bisschen die Reaktion und die Schnelligkeit zu schulen. Und los geht's! Und das war's!